So meine Lieben, bevor das Video losgeht, eine Info vorab. Schaut euch das Video bis zum Schluss an. Es ist alles erklärt, wirklich bis zum Schluss. Seid mir nicht böse. So, und noch eine Info. Das Teamspeak, was es gab, so ein Teamspeak sollte es nie geben. Es sollte entweder ein Teamspeak geben oder ein Discord-Server, wo wirklich nur Leute drauf sind, die im Livestream mitspielen oder halt im Let's Play sind. Es waren irgendwann wieder zu viele Leute drauf. Ich wollte kein großes Teamspeak machen mit 70.000 Leuten. So, jetzt viel Spaß beim Video. Ciao. Was? 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 Andi, ich krabbel hier unten rum, gerade übrigens, ne? Ja, 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 ich muss mich jetzt erst mal verstecken, weil ich habe einen Killer aufmerksam gemacht durch den Generator, gerade. Ne, ne, er hat den anderen. Ja, aber der war jetzt ziemlich bei mir. Ich komme in deine Richtung. Äh, krabbel mal. Ne, bleib dort. Ich höre einen Killer. Das Leben eines Schnecke. Spannend. Alter. Also können eigentlich stecken sauer werden? Alter, wie, alter, wie, 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 wie soll ich drei Mann helfen? Jetzt mal mehr als können stecken sauer werden. Jetzt komme ich erst mal zu dir, Tobi, und du rettest jemanden anderes. Ja. Komm, Killer, hör doch auf. Äh. Heißt du mich bei mir? Hä? Ja. Ich kann nichts mehr machen. Ich war doch ganz so... Hat der jetzt... Ich war ganz so anders. Leg Switch? Und der läuft nur an der Wand. Entweder disconnected oder macht ein Leg Switch. Okay, ich bin am Haken. Danke, Hacker. Wow. Ist das dein fucking Ernst? Such du das Toten. Nein, ich mach ne Falle. Ich war das Toten. Ich will noch ein bisschen tanzen. Ich will noch ein bisschen tanzen. Komm schon, Alter. Ist doch noch nicht so spät. Lass uns noch ein bisschen tanzen. Nein, Mann. Ich will noch nicht gehen. Ich will noch ein bisschen tanzen. Komm schon, Alter. Ist doch noch nicht so spät. Lass uns noch ein bisschen tanzen. Jetzt kann ich... Wow, ich kenne die Luft. Du bist hier gar nicht da. Sani, ich falle. Wo bist du? Ähm, Sani, ich kenne die Luft. Ja, da, 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 da. Ja, und dann. Ja. Grüß sie. Oh, ist das schön. Ist das schön. Ist das einfach so schön. Aber du bist ja jetzt tot, ne? Nein. Jetzt wieder normal einschneiden. Das soll ich aber rausstecken können gerade. So. Oh, scheiße. Einfach schön. Das ist so schön. Alles gefixt. Leute. Was wird mein Thumbnail für diese Folge werden? Ja, da fällt der Hohnton. Ja. Ja. Das ist so schön. Das ist so schön. Und da ist so schön. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020